So, lieber Mann, wir abschließen uns noch mit der Atmosphäre für den Start. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und was ist denn jetzt? Wir gehen jetzt zurück ins Sonnablauf. Und da ist es natürlich dann wirklich so, wie es gar nicht alles geht, auch dann täglich ein bisschen die Energie einzusetzen.